so weiter geht heute mit 6 und dem einmaligen die nächste quest die wir uns jetzt na dann gehen wir runter so ich muss mich gerade ganz kurz gegen damit ich ungefähr lese was hier oben in der ecke steht also noch mal für die ruhe an klar meinte so wahrscheinlich und trinkt ich habe ein notizbuch was verfügbar ist doch mal da vorne noch was zum nehmen hier ist auch etwas zum lesen schießt du dich über klattern du hast es gehört vielleicht hast du uns auch durch das dorf kommen sehen jemand hat es ja klar dass sie es gekommen um dich von einer unterdrückung und angst zu befreien alles was sie gegen zu verlangen ist dass sie jetzt der seite schießt während sie dafür kämpft jahre von castillo schreckens herrscher zu befreien mein name ist dita und ich kämpfe für jahre was ist mit dir so einsammeln wir haben irgendwas zum einsammeln oh ein munitions trikot ok entschuldigung ich möchte mich mal gerade ganz kurz hier umgucken natürlich bin ich jemand der gerne wo ich habe ich habe gerade so ein bisschen ja ist die küche man muss fragezeichen oder kartoffeln so also gut ok dann willst du von mir ich nicht soll ich da nie so wir haben kein frage füßen wenn feind dann nicht angezeigt schon wenn ich kann ja zwischendurch mal ein bisschen leiser bin ich will durchaus auch mal ein bisschen dinge mitbekommen zwischendurch bis heute nämlich ein bisschen konzentrieren gerade die waffe weg steckt eine waffe weg um weniger aufzufallen eins halten waffen rat wenn du soldaten zu nahe kommen werden sie trotzdem verdacht schöpfen mit der zwei kannst du deine waffen zielen okay machen wir das noch mal gehört kann ich das machen so hier so ich würde mich spontan mal hier durch bewegen ja ich weiß zum beispiel mittlerweile also ich weiß dass viele feinde auf der karte rot angezeigt werden nur wie gesagt bei der bin ich jetzt gerade nicht zu 100 prozent sicher gewesen zu sein war das einfach nur wenn aber jetzt zufällig in der dbc oder schützer weg so wir haben jetzt noch 150 meter knapp aber wieso video potter aber zu mir leidem man spanisch ist nicht gut aber vielleicht gibt es ein feinde oder wie war das jetzt ja ich will gerade mal gucken wo der feind sein könnte da ist ein feind wir müssen aufpassen sind noch mehr feinde minimum kaste so also ich sehe die gebiete ich weiß wo da waren feindlich sein könnten ich muss aber nicht ein bisschen durcharbeiten aber wo zur hölle hat die mich jetzt gesehen der eine jetzt gerade und sich interessant fand ist es denn gut ein paar feinde waren jetzt nicht viele aber ein paar gut da wir momentan nichts mehr an ok hat jetzt warte bei der warung was da ist irgendwas angezeigt elf jahre anische pesos da so ein bisschen geld eingesammelt ok davon ist die bar vermutlich mal ich muss zugeben ich ja ich weiß es weil ich habe ein bisschen gameplay gesehen okay wie viel aber ein bisschen und da wird man sogar schon angezeigt ok den teil habe ich euch hier schon gesehen und das hier ist jetzt auch untergesucht ja juan cortes guapo you listen rule sixteen the guerrieros revolution never ends always another war another cantina another ugly bartender guapo Die Augen, querrilla. Du hast einen Ruhm. Du konvenst dich, dass du ein Hero bist, wenn du ein Junkie wachst, wie Juan Cortes. Das war eine verdammt Waste Zeit. Kannst du wehseln? Was? Nein, du kannst wehseln. Was? Bala, binga! Wadafuck? Du f***ing rat. Du warst mehr tot, in der Fall. Wadafuck? Hey, Guapo ist in love with you. Hmm, blecker. Und ich verruinete die einzige Kopie von meinem Buch. Okay, meine Freunde, wir gehen. Once again, we have outstayed, are welcome. Klar, jetzt den Anfang werden wir. Okay. Okay. Bin dabei, es ist nicht immer so einfach. Gibt es hier irgendwie geschützt? So, nehmen wir mal mit. Zack, 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 zack. Nehmen wir mal die Geschütze. Okay, wir sind gut. Okay, wir sind gut. Let's get the hell out of here, before the whole fucking army shows up. Das war schon? Aber I'm not that drunk. Right behind you old man. Sag, ich bin zurück zum Lager. Und ich hab das gesagt vom Auto, aber okay. Guapo wants to be your friend. Oh, maybe he just needs to take a dump. Na, super. Warte mal. Guapo amigo! Ein Freund. Come on, let's get the fuck out of here. Guck dir's mal weg. Hallo Krokodil. richtig so kommen wir gerade kurz amigo ja hier guapo chorizo lautlos amigo das lustige amigo boom bei lautloser weiter so also wir haben einige möglichkeiten und dann hätten wir noch los so die wahl seinen lauten und schattenangreifer gut auf ja 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 Was ist das für dich? Gunpowder und Supremo Bomba. Der Zerbeza und Chaser von Resolver. Ich werde dir, wie zu machen, für Weapons zu machen. Weil, zu machen, für Weapons zu machen ist cool. Und das Nummer Nummer 9. Always benutze die richtige Tool für die richtige Arbeit. Du kommst mit mir? Fuck, nein. Du hast Wappel. Du kannst das mit ihm schlafen. Aber wenn du willst, schlafen ihn hinterher. Das Cutie lief zu machen. At least du hier bist, Wappel. Okay. Kann ich? Ja, das ist ja schon mal Reizverlauf zu machen, aber ich muss ja die Tür... Die juckt ja jetzt gerade eh nicht. Okay. Watch my back. Reloading. 15 spiel. I donna. 1 5 1 5 5 1 6 1 da sind wir noch gefallen soll ich immer noch auf dem wachtturm einer oder ist ja schon unter immer mit gewehr gut unter kann ich nicht die irgendwie warte mal da muss doch irgendwas sein dass du mich noch auch noch greifen wir mal zu so haben wir es auch da oben na dann gehen wir zurück und so did you get to this cut for a second I was on a refugee ship we didn't get far orphanage in Esperanza and the military I'm no getty ya just helping out until she gets me off this island All 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Of course. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? Nope. Guapo hates quitters. Gonyo, if you two are so close, why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs in your precious America. You can trust Guapo with your life. Yeah, not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shot down in the invasion. Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, I- It's grounded, but I'm working on it. Patience, Danny. Now it's time for Juan Cortes to show you how to make something out of nothing. That I will tell you rule number nine. You just did. Always use the right tool for the right job. Words to live life. Okay. Kommst du jetzt mal mit? You're more distracted than a cocked up house cat. Vamonos. Ich habe auf dein scheiß Krokodil geachtet. Da sind wir. How many others? The legend returns. The legend needs to pace, Hefa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton Fasista. Now she's an outcast. A slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. I was six when I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to resolve it every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla to resolve it isn't just making do it what you have. It's inflicting chaos with everything you've got. Bonnet of Cocktails. Keep talking. The guerrilla's best weapon is the workbench. Go ahead, Danny. Get cozy with it. Let's take a ride of this weapon. No offense, but your battle rifle is a little basic. Rule number nine. Always use the right tool for the right job. In this case it's gunpowder. Sometimes I lie awake at night asking myself. Juan. Excellent, Danny. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Okay. Let's look at your other rifle. Let's say your target remembered to wear their helmet and vest to it. These rounds fly straight and through. Nice! Now you got your own supply of high velocity war crimes. Let's look at your attachments. Time to make your very first suppressor. This will turn a bang into a bang. See how easy that was? Now you can silently headshot your enemies like a real asshole. The workbench is your friend, Danny. A friend with benefits. Gut. Ziel abgeschlossen. Der einmalige Juan. Gut. Die Quest von der Division wie auch immer. Den Einsatz haben wir abgeschlossen. Wir bekommen Impro-Waffen und Blühner. Du kannst Impro-Waffen in der Werkbank mit verschiedenen Materialien verbessern und anpassen. Stimm-Material von militärischen Vorratslieferungen. Die Agitäre tauschen fleisch gegen Material hinein. Jo. Gut. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry 6. Wir sehen uns einfach ganz Meatball instrument. Vielen Dank.